Herzlich Willkommen bei Mixit. Was ist denn Mixit? Ja, Mixit ist eine separate Schiene oder eine Schiene, die wir zusätzlich zu unserem Catering-Programm entwickelt haben, weil wir gemerkt haben, dass ein sehr hoher Bedarf steht, gerade im Business-Bereich nach schnellem Fingerfood, nach exquisiten Häppchen, Seminarverpflegung, Konferenzverpflegung. Und da wollten wir reagieren mit einem sehr einfach zu Bestellenden, aber doch qualitativ sehr hochwertigen Programm und das haben wir dann, weil es bunt zusammengewürfelt ist, Mixit gemacht. Mixit ist etwas Neues, es ist sozusagen kein Menü, sondern es ist Fingerfood. Ist das für den Koch etwas ganz Neues, so etwas zu tun? Absolut, ganz was Geniales. Man kann seine Ideen wirklich fließen lassen und man kann alles quer kreizen, was einfach geschmacklich zusammenpasst. Man kann wirklich da so lange tüfteln, dass da richtige Geschmacksexplosionen entstehen im Mund. Mit 1x1, also es ist einfach genial, muss ich sagen. Auch im süßen Bereich, da sprechen wir nachher von den Petit Fours. Ganz was Leckeres, man sieht es an meinem Beicherl. Das ist die klassische Mixit-Platte, was ist denn da jetzt alles drauf? Das ist ein klassisches Mixit-Paket, nämlich Small Fingerfood heißt das in dem Fall. Hier haben wir die klassischen Canapés mit diversen Belegen, aber wir haben auch die Mini-Wraps oder die Parmesan-Röllchen mit diversen Füllungen. Also ein breites Programm allein bei den Dingen, die man mit ein oder zwei Happen pissen, essen kann. Wir haben auch Packages, vorher konfektionierte, um sozusagen die Auswahl zu erleichtern. Ja, Mixit, das sind natürlich klassische Canapés. Mixit, das sind aber auch innovative Produkte wie Bambusticks oder Small Wraps. Das heißt, man kann durchaus sagen, ihr seid sozusagen die professionellen Weihnachtsgepäck-Lieferanten beziehungsweise auch das im bekannten Bereich. Wir sind die professionellen Fingerfood-Lieferanten. Mixit!